Grüezi und herzlich willkommen auf meiner Website. Vielen Dank für Ihr Interesse. Seit 1998 verdiene ich meinen Lebensunterhalt ausschließlich aus dem Internet. Ich habe verschiedene Rollen, Verwaltungsrat, Keynote-Speaker, Berater, Fachhochschuld-Dozent, schreibe viele Fachartikel und habe im Mai 2017 mein Buch Übermorgen eine Zeitreise in unsere digitale Zukunft herausgegeben. Und es ist bereits zum Bestseller geworden. Profizieren Sie von meinem Wissen und meiner Erfahrung. Weiter unten stehen alle Details auch für die Kontaktaufnahme. Ich freue mich auf Sie.